Sie öffnete die Tür. Harrys Bar lag unten am Pier. Die Kundschaft war eine Mischung aus Einheimischen und Touristen. Sie setzten sich an einen Tisch am Fenster. Rachel überflog die Cocktailkarte und reichte sie dann an ihre Freundin weiter. Ich glaube, ich probiere mal den Blaubeermojito. Rachel schaute auf den mehr als 100 Jahre alten Pier hinaus, auf dem Familien und Paare den warmen Juniabend genossen. Ich kapiere das mit Courtney immer noch nicht. Dass sie ihren Schulabschluss gemacht und aufs College gegangen ist. Wir haben beinahe jeden Tag miteinander gesprochen, Zeit zusammen verbracht. Wir haben uns immer nahe gestanden. Was ist da nur passiert? Ich weiß es nicht, gab Lena zu. Ich kann mir nicht vorstellen, so etwas geheim zu halten. Hast du mit ihr gesprochen? Rachel schüttelte den Kopf. Ich verstehe, dass du aufgebracht bist. Aber bleib nicht zu lange sauer. Ihr beide habt eine tolle Beziehung. Es wäre schade, wenn ihr die verliert. Die Kellnerin kam, um ihre Bestellung aufzunehmen. Rachel nutzte die Unterbrechung, um das Thema zu wechseln. Was macht eure Urlaubsplanung? Lena und ihre Familie wollten vier Wochen mit dem Auto durchs Land reisen. In unserem gesamten Haus liegen Landkarten herum, sagte Lena lachend. Im Moment diskutieren wir, wie lange wir bei Tobis Eltern bleiben. Lena erzählte noch ein wenig weiter. Dann entschuldigte sie sich, um auf die Toilette zu gehen. In Rachels Handtasche vibrierte es und sie holte ihr Handy heraus. Es war eine SMS von Greg. Was machst du heute Abend? Sie starrte auf die Nachricht. Ich bin mit Lena in Harrys Bar. Willst du Gesellschaft? Sie lächelte. Lena hatte sie doch ermutigt, Kontakt mit einem attraktiven Mann aufzunehmen. Klar. Als sie und Lena ihren ersten Drink zur Hälfte geleert und über die möglicherweise während der geplanten Reise drohenden Katastrophen gelacht hatten, richteten sich die Herrchen in ihrem Nacken plötzlich auf. Was ist? Lena schaute zur Tür. Das hast du nicht ernsthaft gemacht. Er hat mir zuerst geschrieben, verteidigte sich Rachel, wusste aber, dass sie wie ein trotziger Teenager klang. Und du hast mir ja geraten, mich mit einem gutaussehenden Mann zu unterhalten. Du bist unmöglich, aber das weißt du selbst, oder? Lena stand auf und umarmte Greg zur Begrüßung. Ihr beide treibt mich in den Wahnsinn. Ich freue mich auch, dich zu sehen, sagte er und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Dann zog er sich einen leeren Stuhl heran. Was trinkt ihr da? Er beäugte Lenas Erdbeer-Daiquiri und Rachels Mojito und verzog das Gesicht. Ach, sagt es mir lieber nicht. Ein Bier, sagte er zu der vorbeikommenden Kellnerin. Du bist so ein Kerl, frotzelte Rachel. Sie unterhielten sich eine Weile zu dritt. Die Kellnerin kehrte zurück, um zu fragen, ob sie eine zweite Runde haben wollten. Lena schüttelte den Kopf. Ich gehe dann mal, mach dir beide nur weiter. Wie meinst du das? Fragte Rachel. Wir sitzen doch hier alle drei gemütlich zusammen. Lena hob die Brauen. Mit euch zusammen zu sein, weckt in mir den Wunsch, nach Hause zu Tobi zu fahren. Greg bringt dich nach Hause. Ja, das mache ich, sagte er leicht hin. Rachel stand auf und umarmte ihre Freundin. Wir sprechen uns morgen. Die Kellnerin kehrte zurück. Haben Sie entschieden, ob Sie noch etwas trinken möchten? Klar, sagte Rachel. Wir nehmen noch mal das Gleiche. Greg lehnte sich zu ihr. Also, was ist los? An dir nagt doch etwas. Er hat schon immer in mir lesen können wie in einem offenen Buch, dachte sie. Sie erzählte ihm, was Courtney getan hatte. Ich verstehe das nicht, gab sie zu. Wieso hat sie es mir nicht erzählt? Greg zog seinen Stuhl näher zu ihr heran und schaute ihr in die Augen. Es ist nicht deine Schuld, dass sie Schwierigkeiten hatte, lesen zu lernen. Dass sie zweimal nicht versetzt wurde. Das lag nicht an dir. Rachel sackte in ihrem Stuhl zusammen. Ich weiß, aber ich war so verletzt, als ich gehört habe, was sie gemacht hat, gab sie zu. Sie seufzte. Lass uns über etwas anderes reden. Okay. Ich würde gern mit Josh zelten gehen, verkündete er. Bist du damit einverstanden? Na klar, er wird es lieben. Hast du schon mit ihm darüber geredet? Ich wollte erst mit dir sprechen. Danke. Ich wünsche euch viel Spaß. Sie war schon hunderte Male in seinem Pick-up mitgefahren. Sie kannte die Strecke und wusste, wie lange die Fahrt dauern würde. Und mit jeder Sekunde, die verging, wurde sie nervöser. Das ist alles seine Schuld, dachte sie und versuchte Verärgerung heraufzubeschwören, in der Hoffnung, dass das die wachsende Anspannung vertreiben würde. Sie fühlte sich hin- und hergerissen. Sie wollte ihn hereinbitten, ihn bitten zu bleiben. Sie wollte mit ihm schlafen, schnell und heiß und dann langsamer. Was, wenn sie ihn fragte und er lehnte ab? Danke, dass du mich heimgebracht hast, meinte sie und öffnete die Beifahrertür. Wir sehen uns. Sie schlug die Tür zu und rannte förmlich ins Haus. Drinnen lehnte sie sich an die Tür. Was stimmte bloß nicht mit ihr?